Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht dabei seit letzter Schluss. Ja, heute werde ich mal ausprobieren, ob man TDE auf dem einmal Linux 8.6, was jetzt gerade erst vor kurzem erschienen ist, installieren kann. Ob das funktioniert, ich habe es noch nie ausprobiert. Ich fand es bloß interessant, einfach mal damit rumzuspielen. Ich habe heute jetzt schon zwei Videos aufgenommen und das hier ist jetzt so ein bisschen die Entspannungsrunde, weil ich selbst nicht weiß, was passiert. Ich gucke mir das mal an. Doch bevor es jetzt losgeht mit dem Spaß, nochmal kurz zusammengefasst, was ist überhaupt einmal Linux? In anderen Videos habe ich schon mal erwähnt, was das nun ist. Das gibt es etwas genauer in anderen Sachen, die ich mache. Für den eingestellten Red Hat Enterprise Linux Fork CentOS ist das eine Alternative, die man halt verwenden kann, die quasi so in die Fußstapfen tritt. Eine andere Variante wäre Rocky Linux. Die machen letztendlich dasselbe, also führen das halt fort. Genau. Und die Firma hinter einmal Linux, die kennen sich halt damit aus und die pumpen da Geld rein und versprechen, dass das Ganze auch frei bleibt für alle Zeiten und so weiter und so fort. Muss man gucken, was die Zukunft wirklich bringt. Das ist einmal Linux Org und ich habe mehr Videos gemacht. Guckt einfach mal vorbei, wenn euch das interessiert. Ich habe schon mal so ein einmal Linux 8.6 von dem Minimal ISO installiert. Also es gibt drei Größen von diesem Installations ISO. Es gibt so ein Nur-Boot. Damit kriegt man wohl bloß den Installer. Minimal ist schon größer. Also das, wo eine normale Distribution quasi alle schon mit dazu packt. Das ist bei denen minimal. Und dann gibt es noch so ein DVD ISO, was mehrere Gigabyte groß ist, dass man mindestens so eine Double Layer DVD verbraucht, um das drauf zu packen. Da ist wohl noch viel mehr Software drauf. Aber ich habe jetzt dieses Minimal ISO genommen. Dann habe ich als Installationsquelle, sieht man in dem Screenshot jetzt nicht wirklich gut, aber das ist dort zu sehen, Spiegelserver in der Nähe ausgewählt. Mag sein, dass ich das bei meinen Versuchen vorher immer übersehen habe, dass man da nichts weiter eintragen muss. Also in meinen anderen Videos habe ich das so gemacht, da habe ich immer direkt ein Mirror eingetragen, habe darüber geflucht, dass ich so eine elendig lange URL abtippen muss. Aber das habe ich jetzt dieses Mal nicht getan. Und der nimmt denn einfach irgendeinen Server aus der Nähe. Vielleicht ist das jetzt neu oder vielleicht habe ich es bis jetzt immer bloß falsch gemacht und hätte nie was eintragen müssen. Wie dem auch sei, als Softwareauswahl habe ich Arbeitsplatz gewählt. Da bekommt man einen Gnom-Desktop mit dazu. Da werden auch einige Anwendungen mit installiert. Aber ich bin jetzt nun wirklich nicht so ein Gnom-Fan, also von daher wollte ich mal was anderes ausprobieren. Dann habe ich hier in meiner Virtualbox auch die Gast-Erweiterung installiert. Um das Ganze zu machen, muss ich erstmal root werden. Und installiere mir so einen Satz von Paketen. Die werden gebraucht, um die Kernel-Module zu kompilieren. Da bauen wir also hier den Kernel-Header und eben auch irgendwelche Entwicklungspakete, die dazugehören, wie Compiler, Make-Programmen. Und das hier ist wichtig, damit hinterher auch diese Module gebaut werden können als 11-Variante. Wenn ich diese ganzen Pakete installiert habe, dann lege ich die Gast-Erweiterungs-CD ein und starte darüber die Installation. Ich muss die vor allem einmal neu starten und hinterher habe ich eben variable Bildgrößen für meine virtuelle Grafikkarte, sodass ich das Fenster halt so ziehen kann, wie ich es gerade brauche. So, dann zu dem Teil, den ich noch nicht ausprobiert habe, wo ich mal geguckt habe, wie man TDE, also diese Trinity Desktop Environment, überhaupt installieren kann. Das habe ich mir von dem Wiki da genommen, also diese einzelnen Befehle hier und habe das dann nochmal, ja, übersetzt quasi, was dort steht. Und das Ganze ist eben ein Fork, also das TDE ist ein Fork von KDE 3.5, was ja schon sehr lange nicht mehr unterstützt wird. Aber eben als TDE-Projekt lebt es halt weiter. Das ist ungefähr so wie der Mate-Desktop, der ausgenommen 2 hervorgegangen ist. Das Installieren beginnt erstmal, indem ich ein RPM-Paket installiere, was mir die Paketquelle hinzufügt, damit ich überhaupt diese TDE-Pakete habe, die nicht in den normalen Repos drin sind. Dann kann ich mir überlegen, ob ich ein minimales TDE haben möchte, indem ich dieses Paket installiere, ob ich ein komplettes TDE mit allen Anwendungen haben möchte. Und dann gibt es noch ein zusätzliches Paket, was TDE komplett installiert und unterstützte Anwendungen dazu installiert. Da kommen jetzt noch Programme mit dazu, die nicht direkt zu TDE dazugehören, aber die wahrscheinlich sehr gut damit harmonieren und die man eventuell so automatisch einbinden kann. Stell ich mir jetzt erstmal so vor. Nachdem ich TDE denn installiert haben werde, kann ich auch noch Sprachpakete nachinstallieren. Einmal das hier für die Oberfläche und wahrscheinlich auch für sehr viele TDE-Anwendungen. Dann gibt es für K-Office, also so ein Büroanwendungspaket, was unter dem KDE 3.5 mit dabei war. Und jetzt eben auch bei Trinity mit dabei ist, gibt es extra Sprachpakete. Genauso gibt es für K3B das Brennprogramm auch noch ein eigenes Sprachpaket. Also das ist nicht zusammen in dem hier, sondern die muss man einzeln installieren. Das ist bei Debian, meine ich, genauso. Damit wir auch den TDM, also den Anmeldemanager, also dieses Login-Dings, was am Anfang kommt, von TDE bekommen und nicht hier von Gnome oder KDE oder die X-Variante bekommen, deaktivieren wir erstmal alle einzelnen Service für andere Login-Manager und aktivieren den TDM. Danach starten wir einmal neu und hoffentlich klappt das so und dann werden wir hoffentlich von so einem TDM begrüßt. Mal gucken. So, jetzt habe ich hier meinen Alma-Linux mit einem Gnome irgendwas. Das interessiert mich eigentlich wirklich. Ich möchte hier meinen TD installieren, also besorge ich mir erstmal so eine Shell hier. Ich mache die auch größer und jetzt als erstes kopiere ich mir meine erste Zeile in Zwischenablage und nehme mir erstmal Root-Rechte und füge das auch ein. So, jetzt zieht er sich da dieses RPM-Paket herunter und installiert es auch gleich. Und jetzt kann ich mir überlegen, was ich überhaupt installieren möchte. Ich wähle jetzt die mittlere Variante, also TDE zwar komplett, aber ohne diese zusätzlichen Anwendungen. und jetzt lädt er sich quasi die Paketliste mit verfügbaren Paketen runter in den verschiedenen Varianten. Und hier ist eben auch Trinity jetzt mit dazugekommen. Canopy and Sun needed Trinity... Okay, gut, also so hat es nicht funktioniert. Ich versuche jetzt nochmal das Nächste. Wenn ich jetzt wirklich alles installiere, geht auch nicht. Und... Ne. So, äh... Das geht so nicht. Skip broken. No best. Ich versuche es denn mal mit dem zusätzlichen Parameter hier. No best. Und... Skip broken. Hm... So, ich gucke nochmal, ob ich auf der Seite irgendwas finde. Ansonsten würde ich sagen... Hm... Was ist das? So, ich habe noch was gefunden. Ich soll die... Äh... Ja... Epil... Diese... Wie heißt das so schön? Die... Extra Packages for Enterprise Linux installieren. Das ergänze ich dann auch nochmal in den Folien, wenn das jetzt zum Erfolg führt. Und als zweites soll ich auch noch... RPM Fusion Repository dazu packen. Das muss ich auch mal gucken, wie das ist. Ob das geht. Da... Da... Bekomme ich auch ein RPM Paket. Das muss ich wohl ähnlich wie... Das hier... Das hier... Einfach installieren. Jetzt habe ich vielleicht zusätzliche Paketquellen, die ich einfach brauche. Probier ich nochmal. Ob da jetzt vielleicht diese Pakete drin sind, die mir vorher gefehlt haben. Ne... Leider auch nicht. Ne... Leider auch nicht. Hm... Hm... So... Oder... Also es müsste ja eigentlich... möglich... Wie... Red Hat Enterprise... Beziehungsweise... SendOS 8... Sein. Dafür gibt es bei TDE diese... Anweisung. So... Wenn ich jetzt nochmal die... Minimal-Version versuche. Aber das wird wahrscheinlich auch nicht gehen. Boah... Keine Ahnung. Ich dachte, es wird ein kleines spaßiges Projekt, dass ich es einfach mal so ganz entspannt so durchgehe. Und dann mich hinterher darüber freue, dass TDE auch super unter Einmal-Linux läuft. Aber das... Klappt jetzt so nicht. Und... Ja... Nach den Aufnahmen, die ich heute gemacht habe, reicht mir das denn eigentlich auch. Vielleicht gucke ich mir es irgendwann nochmal wieder an, aber nicht mehr heute. So... Das war's denn für heute. Kürzer als gedacht. Und eben leider nicht erfolgreich. Ansonsten... Probiert es selber aus. Wenn ihr jetzt irgendwie einen Weg findet, wie es doch noch klappt, schreibt es unten mal in die Kommentare rein. Dass es funktioniert. Also... TDE installieren unter Einmal-Linux-8.6 Ja... Wäre bestimmt ganz lustig, wenn das klappt. Ansonsten... Probiert es aus. Lasst es bleiben. Abonnieren. Glocke drücken. Und... Bis dann. Und... Tschüss. Glocke drängen. Zum laden, Untertitelung des ZDF, 2020